ist nicht drin wuselig langsam gehen nein sachen halten das ist schon blutig eine möller pp wenn man mit die Leckmann Mann die S Dachrennen Wer hat die Taschenlampe? Jawohl, ne? Wollte ich lesen, was hier passiert ist? Ich weiß nicht, ich habe nicht herausgefunden, was Z ist. Z? Oh. Mich hat irgendwas gesehen. Kann ich denn diese Texte, die wir eingesammelt haben, hast du die im Inventar, die Texte? Bumm. Was passiert? Ich habe einen Roboter zerstört. Es wird auch hell. Wo war ein Roboter? Ich kann meine Haare ausziehen. Oh, kannst du das? Im Inventar. Profil. Ich habe Strickhandschuhe in hellblau gefunden. Oh. First Aid Kit. Ein Björk. Eine Kappe rückwärts in Rotweiss. Oder ausgestattet. Hier gibt's Eis. Ich stelle hier Glas. Was? Kann man hier schwimmen? Finden wir es heraus? Äh, nein. Wie bei Hunter. Eis heißt Glas. Das ist sehr verwirrend. Alles aufklappen. Wo hält Aurelia bei dir die Taschenlampe Scruffy? Ähm, gar nicht. Linke Brust? Sie hält überhaupt keine. Bei mir kommt ein Lichtschein aus ihrem linken Nippel. Hier sieht man ja am besten. Es ist ein Lichtschein da, aber ich sehe nichts, wo du herkommst. Gehen wir noch weiter, oder? Hardcore Overload. Ne, rennst. Ist die Mutterhaube noch nicht aufgeklappt bei diesem Björk? Ein Traktor. Traktor. Hat jeder sein eigenes Loot, oder wolltet ihr das Zielfernrohr da gerade gar nicht mitnehmen? Wo? Wo ist ein Zielfernrohr? Hinten im Auto war eine Kiste. Im Kofferraum. Bei dem hier, oder bei da, wo du jetzt hin reinst? Ne, da, wo ihr sitzt. Bei einem anführlichen. Hier hat jeder sein eigenes Loot. Ich hab in den Kofferraum nicht reingeguckt. Aber ich dachte, ihr wart da dran. Hier hat jeder sein eigenes Loot, glaub ich, weil ich hab da ein Exklusiv-Kernutzer rausgenommen. Oh ja, hier hinten sind noch Kisten, ja. Dann soll... Wolltet ihr das Polizeiauto auch noch looten? Wolltet ihr auch ne Waffe, oder hab ich die einzige aufgenommen im Haus? Im Haus hab ich keine gefunden. Das war denn als Quest abgehakt. Rotfackel und Vollmerantel. Jawoll. Neue Brille. Sehr schön. Das ist ne Pilotenbrille. Das ist ne Pilotenbrille. Das ist ne Pilotenbrille. Dasot ist ne Pilotenbrille. Ein paintings von glow. Ops. 0 Nr. Das ist ne Pilotenbrille. Das ist ne Pilotenbrille. Das ist ne Pilotenbrille. Haieinbrille. Bei disrupt своих die Pilotenbrille. Bautelbrille. Bautelbrille. wie du läufst dafür dass die straße eigentlich an einigen stellen nass ist staubt es auch ganz schön oh davon ist wieder was ich habe keine ahnung wo ich den hinschießen ich war drauf bis es explodiert ich glaube du schiebst mich auf mich aus der Dekke zu schieben den kind ab mal looten er brennt und kommt auf mich zu ich schieße ihn ok geht doch wie viel Munition hast du eigentlich ich hatte auch 130 Schuss haben wir gewonnen, Level Up, ne ganz mal, ein bisschen nicht ganz extra Waffe, wenn man weiß auch noch zusätzliche Munition ich bin mit der Adresse des Jägers in jedem Mission Make-up, das hab ich gebraucht pinkes Hemd lila lila Hemd uh, ich hab was viel besseres Bredi A ja wie benutzt man das First Aid Cat du musst es irgendwie ausrüsten du musst es einmal platt zuweisen geht 4, 5, 6, 7 siehst du meine Hand wie mach ich das? hab ich da rote Nägel ja, hast du sehr schick äh, einfach das im Inventar auswählen die E2 Science Flot, ok die E2 Science Flot, ok man isst sie, ok das Jägerhaus finden, gibt's da sicher wenn wir wieder wegpacken brauche ich das jetzt für immer in der Hand äh, wahrscheinlich Andersheim hat's leeren, wenn du's anklickst wo unter ausgestattet ist das ist Häkchen im Inventar da kann man's wieder weglegen Kirche untersuchen da gibt's sicher Waffen da gibt's immer Waffen manchmal soll man schleichen gerade bei mir also unten auf der Kreuzung vor der Kirche wo's der Weg von der Straße aus abgeht da sind irgendwie zwei Roboter mindestens rechts in der Kirche läuft einer ja sieht noch ganz schön groß aus wollen wir erst mal die Jägerhütte suchen da gibt's sicher Waffen von dem Sidequest wo ist der eigentlich ich bin rechts von dir da wo einer der Roboter ist ziemlich viele ich will einfach alle schießen das sind nicht so Mädels der Download ist noch nicht fertig immer wieder ganz so viel Versprechen wo ein Kampf eingetreten ein Kampf eingetreten man kann weg sein trotzdem äh wo ist noch einer hi im Gebüsch hi Steffi hi in der Kirche gibt's doch bestimmt Waffen oder au doch schon wo ist er kaputt nein das muss man da machen äh wissen wir doch nicht nicht erschossen werden ganz ganz viel looten Steffi ah da ist noch einer ich hoffe ihr habt ne Waffe gefunden nein nur ein Schalldämpfer ist das so wie ähm man muss erst Waffen finden bevor man irgendwas machen kann ja ist das nicht wieso spielen wir denn nicht einfach Daisy weil das hier glaube ich deutlich sehr polished ist was meinst du mit Polish äh ist hier verpackt äh geht bei Daisy mittlerweile auch seitdem die die neue Engine da reingesetzt haben das ist richtig schrecklich deutlich schlimmer als komm schon wieder anders geh mal rein ich nehme mir jetzt glaube ich was was nehmen die entfusion oder so heißt die glaube ich ja ist auch nur die arme Engine äh ich bin zum Bahnhof gegangen ok ich hab aus Versehen meine ganze Muni hier in die Kiste getan nur hier sind anstatt Zombies hauen euch Tiere um oder was Roboter ah ok in der Kirche gibt's oben Zeug zum ach steht ja auch Zero ich hab irgendwie zu gelesen warum wird der Lufthansa geholfen und nicht mir ich hab nen Punkrock also ein Rock für Punks also kann ich doch den Halbstarken nehmen oder was hat Scruffy was anderes gewählt also den ist egal du kannst eh umziehen hast du da drauf mit Waffe in der Hand ja lag oben aber das ist ne Questwaffe die ist glaube ich geschert zwischen allem ja und ich hab nur zwei Schuss dafür ja ich klau alle Radios eine Recycling Station eine Recycling Station ach das dauert ja wieder so also falls einer von euch Kaliber 12 Munition hat die nehm ich gern was kann man doch auch mal eher sagen was Steffi es stand heute morgen im Chat noch eher in welchem Chat? bei Telegram was? noch eher als 11 Uhr Steffi hat noch nicht drauf geguckt so ich hab da die Benachrichtigung ausgemacht wie mir auf den Sack immer haben wir dann Mekka ich lache nicht über dich Steffi ah das ist ein roter du hast nur das Problem gehabt wo ich auch überlegt habe ja ne oder links ist aus machst du es aus? komm links abgeschossen ui ui ein Achievement zwei sogar ich hab grad Hitlers für noch einer aber das ist nur Orwellia Feuer! 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 schießen wo? schießt jemand mich aber links ist auch noch ein zweiter links dabei hast du keine Muni mehr? da ist der nächste wo ist der nächste? weiß nicht da hinten hat mich irgendwas gesehen in der Richtung ja da kommt er in den Bäumen schießt ach das hat er nicht gesehen aber ich hab getroffen die Winde funktioniert gut ja man muss noch gut zielen und sich oft verarzten ich hab ein Fahrrad ich hab ein halbes Fahrrad war es vorher ein ganzes Fahrrad? ach ne doch was ist jetzt jetzt nur noch ein halbes oder? oh macht's gut was muss man tun? ich will auch ein Fahrrad man kann das einfach spawnen oh Gott hast du sehr weit geschafft fahr mal gegen den Busch lieber nicht das sah aber sehr schön aus ja die Wand auch kann dann auch wieder aufsteigen das rührende mich sehr an 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 aah 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 hey hey durch die Robos kann man durchfahren ein Collectable fehlt hier noch weiß nicht dafür sind hier viel weniger Gegner und das sind auch keine Zombies und kein Nahkampf und vielleicht alles noch ok Fahrrad Gang man kann seine Hose nicht ausziehen doch wie geht das? naja ist halt nur dann ein Kilt und die Strumpfhose stattdessen anziehen so ja ja wo müssen wir hin? finden den Bauernhof wir suchen erstmal die Jäger bitte die ist die Karte oh die die Karte ist groß ich würd sagen wir müssen hier hin für den Zeitquest hier hin ich hab ne P-Star Markierung gerade oben eins ja ja dann vorher da vorbei ja die Jägerhütte klingt nach mehr Waffen piep 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 Nein kann ich nix ich möchte lieber laufen ich möchte lieber ein Mountainbike echte schweden können auch durch den wald radeln die straße nehmen können natürlich straße am berg kann man nicht anfahren hier kann man auch nicht hochfahren ah doch wenn Aurélia schiebt, danke bei mir war ich vor dir du bist immer noch hinter mir und schiebst, jetzt überholt sie, jetzt hast du überholt und abrund auch schon ein bisschen nach rechts gelenkt, deswegen auf, Brennnesseln voll rein das ist zu steil ha mädel das ist schon die jägerhütte das ist schon die jägerhütte die jägerhütte die farben hier ist ein gewehr, Aurélia nimmst du das? besten dank hat jetzt jeder eine waffe sogar von uns das ist schon die jägerhütte wo die ganzen radios sind sowas nutzen einmal kann man jedes mal wenn der sender wechselt muss es eine wegschmeißen man passt da nicht rein täuschend hier soll es irgendwas nützliches geben 762 full metal jacket habe munition für meine waffe gefunden was brauchst du denn für welche kaliber 12 kaliber 12 lass mal gucken munition habe ich leider keine für dich kein foto heute für mich was brauchst du für welche 243 feilmantel munition hier können wir handeln man kann einfach was feilen lassen also was feilen gelassen kann das aufnehmen ja was machst du kaliber 12 brennt irgendwas so lauf ich eigentlich zwei verschiedene kaliber 12 habe ich zwei verschiedene habe ich nicht kannst du andere muni laden ja mein vorrat nicht benutzen da ist das hier meins au das ist ein zauern ja das ist ein zauern radio ich habe da überhaupt nicht reingelegt au ah nee das ist eine hecke ich korrigiere ich habe übrigens multiplayernamen ausgeblendet welche entfernung werden die angezeigt ich habe die ganze zeit immer zwei daneben ich habe dich vorhin mal auf 90 meter gesehen da vorne sind welche es ist gut dass ich das ausgestellt habe das hätte mich glaube ich genervt wir haben dich alle gesehen wir haben dich vorhin was hilft das gruffy könnt gerne mitmachen muss man irgendwo besonderes darauf schießen oder keinen schimmer birdshot gut 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 ich trage limit bin dafür einfach alles mitzunehmen 64 kg von dem man es unten mit x von irgendwas tatsächlich ja stimmt mein Fahrrad gelassen die Fahrradgang Bist du da drinnen? Nein, ist nur dahinter Abgesperrt Abgesperrt Untertitelung des ZDF, 2020